Von wem ist das denn? Was von der Arbeit? Wer von der Arbeit schickt denn um vier Uhr morgens eine SMS? Gib mal das Handy, bitte. Du meinst das ernst? Ja. Ich finde, sie sollten Liebe besser mit einer Warnung versehen. Liebe tötet. Wir müssen einander vertrauen, das haben wir immer gesagt. Nur in diesem Moment vertraue ich dir nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wir verlieben uns und werden ein Ehepaar. Und wissen doch nichts voneinander. Alles in Ordnung? Ist irgendwas? Hast du eine Freundin? Nein. Genau so verhält sich auch ein Tier. Wenn es keine anderen Optionen hat. Wenn es in die Ecke gedrängt ist. Dann greift es an. Sie hat mich bei den Eiern. Dann ruf ich die Polizei an. Wenn du hier bleiben willst, musst du mit ihr Schluss machen. Sie ist nicht jemand, den du einfach verlassen kannst. Wir könnten es weit bringen, wir zwei, weißt du? Wir hatten eine Abmachung. Was, Deule, machst du denn da? In einer langen Ehe sind Auf und Abs nichts Ungewöhnliches. Nein. 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 Vielen Dank.